Auch in dieser Woche darf eine neue Folge von Tiere suchen ein Zuhause natürlich nicht fehlen. Nun gibt es die neuesten Infos über Vierbeiner, die ein neues Platz suchen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sendeformat Diaries suchen ein Zuhause. Auch in dieser Woche suchen wir für die geliebten Vierbeiner wieder ein neues Zuhause. Und seien Sie gespannt, welche Tiere wir für Sie in dieser Woche haben. Liebe Zuseher, im Tierheim Mordal gibt es nun wieder Wasserschildkröten, genauer gesagt zwei an der Zahl. Und diese zwei werden auch nur gemeinsam vergeben. Eine wurde 2016 geboren und die andere bereits 2019. Die Wasserschildkröten haben eine Lebenserwartung von circa 30 bis 40 Jahre. Was man bei diesen Schildkröten noch sagen sollte, sie können oder sollten auch bitte in eine Teichanlage ins Freie gegeben werden. Natürlich wichtig ist immer dabei, diesen Teich abzusichern, denn diese sind relativ schnell und lieben es auszubüchsen. Aber sie bauen eine gute Verbindung auf, sie können sie füttern, sie werden relativ zutraulich und sie werden bestimmt als Kenner von Wasserschildkröten richtig viel Freude damit haben. Also, sollten Sie Interesse an zwei Wasserschildkröten haben, dann bitte zögern Sie nicht, greifen zum Telefonhörer und rufen hier im Tierheim Mordal an. So sind wir auch schon am Ende unseres Sendeformates Tieres, suchen ein Zuhause angelangt. Im Namen des gesamten ATV-Eichfeld-Teams und im Namen vom Tierheim Mordal darf ich mich recht herzlich für Ihr Zusehen bedanken. Wenn Sie Interesse an einem Tier haben, dann bitte melden Sie sich hier im Tierheim Mordal. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, bleiben Sie gesund und alles Gute!